Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück hier beim Bossfight gegen die Queen. Dann gucken wir weiter. Dabei was hier raus, was hier rumkommt. Ja, so auf jeden Fall nicht. Können wir mal sprengen. Ich hab mein Zielwasser ja auch nicht getrunken, wie es aussieht. Eins, zwei, drei, vier. Ja, diesmal konnten wir alle fünf landen. Oh oh. Hä, hä, schlägt die nach mir. Du hast dein Pulver verschossen. Ja, hoffe ich mal, dass sie ihr Pulver verschossen hat. Hallo? Moment. Machen wir nochmal. Mal. So. Und weg mit dir. Kommst du mal? Schönes Präsent. Und wenn die Deckung oben ist, müssen wir halt abwarten. Da hätte ich mich vielleicht erstmal in Sprengstoff holen sollen. Sehr clever gewesen, ne? Oh oh. Und dann jetzt wieder hier hinschmeißen? Ja, die richtet sich ja in meine Richtung aus, wie es aussieht. Oh oh. Genau in die Kronjuwelen. Kronjuwelen? Haben die Kronjuwelen? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Viel Spaß beim Auffangen. Oh, bella. Irgendwas beschießt mich hier. Das Vieh beschießt mich. Einer nur. Oh, nicht festhängen. Dann passiert nämlich das hier. Steh auf, Duke. Hab ich das Ding erwischt? Jetzt glaube ich aber. So, und jetzt können wir hier weiter werfen. Hm. Moment. Wollen wir mal was Neues. Dreht die sich zu mir? Wenn ich hier stehe? Ja, aber sie spuckt. So, weil von hier aus bekomme ich die Teile leichter geschmissen. Sagte er und verwirft gleich den ersten. Schuss. 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 Drohne aufsammeln. Ich meine. Dingskirchen aufsammeln. Ich meine. Dingskirchen aufsammeln. Also, auf dieses Brain Vieh komme ich nicht klar. Ich glaube, das muss ich dann mit meinem Dingskirchen snipern. Dem hier. So schwer ist doch dieser Bossfight nicht, oder? Oh, guck mal. Steinchen. Ich hoffe, das hat ordentlich wehgetan. So. Also, ich glaube, wir sollten mal von hier aus angreifen, damit wir wieder beim Zurückrennen alles auffüllen können. Dann kommen die auch sauber ins Körbchen geflogen. Weil mehr als drei, vier Treffer sind ja meistens eh nicht drin. Oh, oh. Wenn diese supermobilen Viecher nicht wären, ne? Wäre das auch alles super einfach. Guck mal wieder hier rüber, Fräulein. Uh. Bitte nicht anspucken. Oder nicht schlagen. Ich vertrage doch keine Schläge. Hallo. Au. Weg mit dem Ding da. Weg mit dem Ding da. Genau, weg mit dem Ding da. Stellt ihr jetzt Damage zu machen, kümmere ich mich jetzt eher da. Oh, Baller. Na gut. Ähm, was wollte ich? Uh. Hehehehe. Angst haben. Immer diese Bruder hier. Oh ja. Wenn es blutet, kann ich es töten. Das ist eine sehr weise Feststellung, Duke. Und weiter. Ja. Text. Und die Deckung ist wieder oben. Dann machen wir hier ein bisschen werfi werfi. Die hat eh so angehört, als wäre da was hinter mir gelandet. Eins, zwei, drei. Ja. Ich hab's nicht getroffen. Ich hab's nicht getroffen. Oh, Baller. Dann wieder Granaten aufsammeln. Na komm, gnädigste. Dreh dich weiter. Halt doch eben von hier. Und dann geht's hier weiter. Oh. Oh. Moment. Jetzt muss ja gleich mal der Brain bug kommen, oder? Oh. Nein. Nicht treffen lassen. Nein. Na auf damit. Duke, Leben regenerieren. Komm schon. Oh. Gut. Gut gesprochen, Duke. Piepst doch etwas. Oh. Viel kann ich aber nicht mehr haben, denke ich mal. Oh. Nein. Warum kann ich da nicht zwischenspeichern, wenn ich sowas irgendwie schaffe und so? Jetzt muss ich mich mal anders hinsetzen, weil ich hab... Aua. Das wird ja brachial brutal. Ich bin das für meine Fräulein hier zu kümmern. Uh. Guck mal. Ich hab nicht getroffen. Ernsthaft? Ja gut, vielleicht war der Winkel ja auch schlecht. Muss ich halt doch von hier werfen. Genau. So kommen die auch ins Körbchen. Die können also auftreffen, wie es geht. Im Idealfall die gesamte Munition verschießen. Dabei selbst getroffen werden, wie sich's gehört. Huiuiui. So. Wir alles ins Körbchen. Und Feuer. Der ist auch ratzfatz. Und ich behaupte nur. Ja, du kleiner Brain Bug. Ich kümmere mich gleich um dich. Mal kurz abwarten, damit sich das Ego wieder erholt. Was macht die gerade? Achso. Sitting. Wollte schon sagen Face-Sitting, aber das ist ja wieder was anderes. Was? Langsam. 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 Ich verzweifle an diesem Boss-Gegner. Ja. Hm. Gut, dann wird diese Folge halt eben 40, 50 Minuten lang. Dann kann ich jetzt auch nix ändern. Hm. Hm. So. Und Feuer. Äh. Kommst du mit? Ich wollte auch nur zur Munitionskiste rüber. Ist das denn so viel verlangt? Nein. Autsch. Unnötig. Und dann nochmal. Äh. Ich muss ja auch schon langsam überlegen, welche Tasten ich hier drücken muss. Ola. Au, 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 au. Hm. Es rührt sich so an, als wäre hier etwas. Du hast dein Pulver verschossen. Genau. Hab ich richtig gehört. Moment. Moment. Nochmal. Ah, schön, wie die da reingeflogen kommen, ne? Oh. Oh, Fräulein. Nein. Nein, 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 nein. Uh. Genau in die Kornjuwelen. Ich frage mich immer noch, ob die Viecher überhaupt Kornjuwelen haben. Oh. Als würde ich nicht gerade rüber rennen, ne, wenn... Wow. Da ist sowas passiert. Und dann nochmal. Was so schön ist. Befeuer. Munition eingesammelt. So, du blödes Vieh, wo bist du? Wo bist du? Schwanz. Nein. Nein. Jetzt nicht rüberrennen, sonst bin ich gleich wieder tot. Oh, oh. Das hätte ich auch nicht vor. Hey. Gleich haben wir dich. Nein. Weil der, der mich nicht auf das kleine Vieh konzentrieren soll. Aber wir waren so kurz davor. Nee. Weißt du, wenn man das Pattern raus hat, es dann aber trotzdem nicht hinhaut. Das ist so frustrierend. Wir tun hier jetzt schon wieder eine halbe Ewigkeit. Also vor allem ihr, nicht ich. Also wir tun hier schon eine halbe Ewigkeit mit der rumspielen. Dann mögen wir die doch gar nicht mal so sehr. Eingelocht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und weg da. Naja, zu viel zum Thema. Weg da, ne? Oh, oh. Wee. Ja, weg mit dem Ding. Na komm. Dreh dich rüber, kleines. Oder großes. Na komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das verschwinde ich schon zeitwegen. Hier. Kleiner Hoppelmann. Müssen wir mal abwarten. Oder auch nicht. Uh. Uh, uh, uh. Langsam, langsam, langsam. Moment, holen wir uns erstmal den Rocket Launcher hier. Mhm. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nein. Da ist ja noch was. Ist ja ekelhaft. Und jetzt nicht mal Minen einsammeln. Hat ich gerade gespuckt? Man weiß es nicht. Und meistens spuckt die. Ui. Uiuiuiuiui. Mhm. Da kommt wohl mal ein paar bisschen Sprengstoff. Hier. Ich hoffe, du bist auch weg. Und nochmal. Uiuiuiuiui. Oh. Ist da irgendwas? Oh. Du bist hier. Schön sachte. Kommen jetzt eigentlich wieder die anderen Viecher? Ja, sie kommen. Wieso haben die so einen Impact auf mich? Das ist doch gemein. Lass mich erraten. Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad würden diese... Ich meine, auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad würden diese Brain Bugs nicht kommen, oder? Ja, ich habe hier vollste Aufmerksamkeit. Ich habe hier vollstehend. Merkt man mir meine Frustration schon ein bisschen an? Und weg damit. Ja, ich dachte, ich habe da hier ist... Eingesammelt. Ja. Damit hätte ich rechnen müssen. Aber ich habe keine Raketen. Nee. Können wir jetzt Fräuland und sie bitte mitkommen? Ja, sie kommt mit. Ist doch schön. Ähm. Und weiter im Text. Und verstecken. Muss ich mich noch weiter verstecken vor dir? Wunderbar. Genau in die Kornjubil. Und weiter. Und weiter. Guck mal, einer... Wer hier gerandet ist. Oki doki. Moment, kann ich da noch mehr draufwerfen? Das hat doch sicherlich wehgetan, ne? Ja, komm. Verzieh dich mal. Oh, oh. Oh, oh. So. Brainbug? Nee, nee, nee. Nein. Weg, 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 weg. Da ist doch noch einer, oder? Nein. Komm schon. Komm schon. Nein. 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 Uh. Ich glaube, diesmal kann man es schaffen. Nein, nicht anspucken. Das mag ich nicht. Junges Fräulein, das war aber ein Stück harte Arbeit. Mir, 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 mir. Huch. Wir haben jetzt die Zunge rausgerissen. Autsch. Das war unnötig. Nehm ich dir recht, Jake. Weg mit dir, du Alienkönigin. Huch. Huch, huch, huch. Maximales Ego erhöht. Können wir jetzt wieder aufstehen und so? Duke Burger. Jetzt hätte ich auch keinen Duke Burger. Super. Keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe hier einfach liegen und schilme mal eine Runde und überlasse die schwere Arbeit mal ausnahmsweise euch. Ja. Oh, sei Gott, Duke! Du bist voller Blut! Ist das dein Blut? Ah, verdammt, ich bin doch nur Pionier! Sanitäter! Sanitäter! Keine Sorge, das wird schon wieder... Was habe ich denn hier? Schraubenschlüssel, Landmine, Zünder? Scheiße! Wo bleibt der verfluchte Sanitäter? Duke Duke! Ja, die Landmine wäre top. Duke New Camps, Dittit City. Du kannst mehrere Rohrbomben in der Spielwelt auswerfen, bevor du sie hochgehen lässt. Ja, haben wir auch herausgefunden. Danke. Das muss ein Traum sein. Hallo! Sehr geil! Hallo, Big Boss. Hi! Wie wär's mit einem Spielchen? Ich bin der Boss und du führst meine Befehle aus. Okay. Was meinst du? Können wir machen? Es gibt einen Labdance mit Kuchen. Ich mag Kuchen. Okay, Baby. Ich steh auf so Rollenspielscheiß. Du sagst mir, was zu tun ist. Hervorragend. Erstmal hab ich Heißhunger. Also brauch ich etwas zu knabbern. Und dann wähl ich ein richtig unanständiges Spielzeug. Und dann... Tja, ein Mädchen muss auf Nummer sicher gehen. Sogar bei dir, Duke. Verstehe. Ich finde Popcorn, ein Vibrator und ein Kondom. Doch ich würde sagen, meines Schnuffels, darum kümmern wir uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zugucken und Tschüssi-Li. Rrrr. 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 Vielen Dank.